So, ich bin jetzt gerade im Flughafen von Goa und ich gehe jetzt gerade zum Gate vom Flug nach Bombay jetzt. Und dann geht es von Bombay nach Bangkok und von Bangkok nach Hanoi. Boarding ist um halb zwölf. Ja, es ist jetzt 2.20 Uhr und ich muss jetzt eineinhalb Stunden warten. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt in Hanoi angekommen und eine Freundin aus Wien, mit der ich zusammen in der Schule war, wird mich jetzt abholen von hier. Die werde ich jetzt hier gleich treffen. Und ja, ich glaube. So, ich bin jetzt in Hanoi angekommen. So, ich bin jetzt in Hanoi angekommen. So, ich bin jetzt in Hanoi angekommen. So, es ist jetzt der erste Tag in Hanoi. Heute haben wir richtig geil gefrühstückt und dann sind wir in ein Café gegangen. Das so Note Café hieß und da konnte jeder so Sticky Notes irgendwo hinkleben, war richtig nice. Wir haben natürlich ein bisschen Werbung gemacht und jetzt sind wir gerade am Weg zu einem Handy store. Weil Kokos Handy gesperrt ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, wir haben jetzt Abend gegessen. Und wir sind jetzt gerade auf der Train Street. Und hier ist einfach eine Zugstrecke mitten zwischen den Häusern. Und jetzt haben wir einen Typen gefragt und der hat gemeint, das ist nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass in 50 Minuten eben hier ein Zug durchfährt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Kühe ist. Das war's. Das war's. Tsui mit einer. Das war's. Vielen Dank.